Okay, bereit? Auf geht's! Eins Zwei 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 Okay, auf der Seite. Das ist nur das Hebel, das ist schwierig. Ja, eigentlich schon. So, wunderbar. Eins. Jawohl. Zwei. Drei. Ja, gut. Das war der Schwache. Ja, das war der Schwache, genau. Und. So ein Schaden. Jetzt funktioniert das nicht. Jetzt eher auf die Klammer. So. Ab. 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 Ich schaff一个. Mi. Ab. Moment, also das... Okay. Gebار staging. Okay. So, guten Morgen Prozent von unserem Mediterranean Lotcher hier in Fulda. Today we look at Paul Zachramaale's Health Art Play No. 1. Arnd as usual Fabian, he goes through this step by step again. So, we start with the overhaul. Das ist die Oberhau, die haben wir nicht auf den Kopf, die wir auf den Kopf gehen. Hier die Oberhau, die ich lege und die Oberhau, die wir auf den Kopf gehen. Ich habe den Oberhau und hier habe ich ihn mit der Oberhau, und ich habe ihn verbunden und habe ihn mit dem Kopf. Ich habe ihn mit den Kopf, damit die Oberhau zu spielen. So, von hier, er kann mich anziehen und ich benutze das für durchwechseln. Ich gehe an den anderen Seite und gehe für sein Arm und stelle ihn dort, das ermöglicht mich an, hier, hier und hier mit dem Backend. Meier weiß nicht, aber es ist klar, dass du den Arm von deinem Hornband kontrollierst. So, er darf das nicht, natürlich. Und jetzt geht es um einen Schritt zurück und bringt mich an den anderen Seite, und ich habe mich an den Mann mit meiner Ex, und er ist mich an der Hand auf meinem Ex und er ist mich an der Rückmeldung. Und hier ist es eine Entscheidung. Einer ich bin zu stark und ich mich an der Rückmeldung zu bringen, oder die andere Version ist, ich bin zu weib und er ist mir vorwärts und er hat den Axe in meiner Hand. Okay, von hier habe ich nur eine Chance. So, meine einzige Chance ist, jetzt zu kommen, zu kommen, zu kommen, zu kommen, zu kommen und zu kommen. Und das ist es von meiner Seite. Wenn du das geschafft hast, dann wirst du das nicht ausgehen. Okay, so, thank you Fabio, and thank you for watching.